Hallo Leute und herzlich willkommen zu Pokemon Blattgrün, ich wollte schon feuerrot sagen. Ist ja fast dasselbe, gut. Mögen die Seelen in der Pocketurm in Frieden ruhen, okay. Ist mir aber scheiße schal, bitch. So. Wollen wir den Pocketurm schon abklappern oder noch nicht, weil wir können ja noch gar nicht hin. Solange wir das Silphscope noch nicht haben. Oder haben wir das schon, ich weiß es nicht. Ich denke aber eher nicht, ne. Nee, aber nicht, okay. Dann geht's weg. Wir haben ja ein Fahrrad, stimmt, das sollte ich auch mal benutzen. So, weg von Lavandia. Ab geht's, da runter zu der Route. Aber da können wir ja auch noch nicht durch. Aber ist egal, dann gehen wir erstmal hier entlang. Okay, hier oben gab's doch noch etwas oder so. Was weiß ich noch, Bams. Eine Pokémon wurde im Pokémon-Tor zur letzten Runde gebetet. Ich gebe dir dieses Term, ich benutze sie nicht länger. Das ist Rückkehr, Leute, das ist ziemlich geil. Term 27 ist Rückkehr, behandelt seine Pokémon gut. Gehen Sie lieber zurück. Gehen Sie lieber zurück, gehen Sie nicht in Kampf, besonders anstrengend. Okay. Ist ja schon klar, ja. So, wir machen diese Route hier mal. Oh, Bitch. Cool, mir ist etwas ins Netz gegangen. Genau. So, ich glaube, wenn wir... Ja, stimmt, wir kommen ja in Fuchsianer City dann an. Das müsste dann klappen, ungefähr. Und stimmt, wir kommen ja von Lavandir auch zurück zur... Also, wir kommen dann zur Perismania City natürlich auch. Aber ich möchte jetzt erstmal diese Route hier machen. Das ist nämlich ziemlich schön. Und, ähm... Ja, ich glaube, die ganze Route werden wir jetzt nicht packen, aber... Na gut, kann man jetzt machen, ne? So, genau. Als X mit Quapsle in den Kampf geschickt, ist mir aber völlig egal. Du bist ein Pisser. Genau. Du kleiner Ficker. So. Rasierblatt, Bams. Okay, kein Problem. Wann kommen überhaupt gescheite Pokémon? Ich habe keine Ahnung. Das dauert jetzt noch eine Weile. Ich hoffe, der Trainer wird jetzt bald besiegt sein, aber... Der hat doch nur noch ein Pokémon. Okay, gut. Sehr gut. Ein Angler ist natürlich nicht stark. Überhaupt nicht. Er hat das Gegenteil von stark. Wie ich finde. Und... Jawohl, saugeil. Endlich besiegt, ey. Ein bisschen genervt, der Typ, ne? Ah, Mist. Bloß ein kleiner Fisch. Äh, du hast doch... Du hast doch verloren gerade. Du bist ein kleiner Fisch. So, aber überhaupt Surfer? Was hat man für VMs und so weiter? Das würde ich mir voll interessieren. Das schaue ich mal an. Die haben Blitz. Okay. Ah, Steckdose. Kann die schon. Okay. Der hätte ihn wohl wieder hoch... Der hätte ihn wohl rausgenommen. Also der hätte ihn wieder von der Box mitgenommen. Gut so. Na, mit der Ruhe. Als Angler muss man geduldig sein. Ja, das muss man wirklich, also... Muss ich ehrlich zugeben, obwohl ich nie geangelt habe. Aber ich denke schon, dass es damit was zu tun hat. Dass man auf jeden Fall sehr geduldig sein muss, wenn man angelt. So. Ähm. Was soll man benutzen? Rasierblatt, denke ich mal. Weil ich glaube nicht, dass Rankenhieb reicht, um Tentara zu besiegen. Ja, es reicht nicht mal ein Rasierblatt. Scheiße, man. Wir sind verwirrt. Das hat ja gar keine Schwäche gegen Blatt. Ist ja scheiße. Stimmt, ist ja auch ein Gift-Pokémon noch. Zugleich. Genau, es wird ein bisschen schwierig. Okay, als nächstes wird Goldin in den Kampf geschickt. Das ist gut. Das hat eine Schwäche gegen Blatt. Das ist sehr gut sogar. Ähm. Rankenhieb. Ich weiß nicht, ob Rankenhieb reicht. Oh, geil. Ich war verwirrt. Sauber. Jetzt hast du mal Rankenhieb auf deine Fresse. Oh, das reicht sogar. Perfekt. Perfekt. So, geil. Okay, weiter geht's. Level 36 ist saugeil schon mal. Okay. Der ist mir entwischt. Ja, natürlich ist er dir entwischt, du Pisser, Alter. So. Ähm, okay. Ah, hi, Bro. Ha, der Angelkönig gegen das Pokémon-Kind. Ähm, du bist der Angelkönig? Noch nie was gehört. Angela Hans heißt er auch noch, okay. Mit Goldini bist du kein King. Du hättest schon dein Gold-King gebraucht, um mich zu beeindrucken ein bisschen. Ein kleines bisschen. Ja, guck mal, ein Rankenhieb reicht und du bist tot. Geschichte. No problem, Houston. Kein Problem. Angela Hans ist tot. Das war spitzenmäßig. Yeah. Ich bin Tiger ZNRB übrigens. So. Ähm, nur Angler hier unterwegs oder was? Eigentlich würde ich lieber arbeiten. Äh, okay. Dann arbeite doch. Ich hintere dich nicht daran. Naja. Ich weiß jetzt gar nicht, was mit den Anglern los ist, dass sie immer zu kämpfen wollen. Ich glaube, die haben den Kampfdrang genommen. Also, die haben den Schluckwasser genommen. Was labere ich dafür? Ich finde das scheiße schon wieder. Keine Ahnung. Ingenuriert, was ich sage. So. Die haben auf jeden Fall aber einen Kampfdrang. Ich glaube, ihre Blase ist aufgeplatzt oder so. Dass sie saulust zu kämpfen haben. So musch arisch. Komm her. Scheiße. Wir haben nur noch ein Rasierblatt und einen Rankenhieb. Da benutze ich jetzt meinen Rankenhieb und beim nächsten Gegner benutze ich ein Rasierblatt. Ich hoffe zumindest, dass es nur noch ein Pokémon hat. Das wird jetzt ein bisschen knapp. Yeah. Ja, der hat noch zwei. Okay, scheiße. Haben wir überhaupt Effa? Wir haben noch Effa, glaube ich. Stimmt. Das können wir jetzt gleich benutzen in der nächsten Runde. Also Pikachu kann ja auch noch nix. Oder? Ich weiß es nicht. Hm. Schauen wir mal. Der ist tot. Natürlich ist er tot. Was ist er noch sonst? So. Okay. Ähm. Wir können nix machen. Komm, wir machen Ekelsame und dann wechseln wir zu Hannibal. Andere Lösung finde ich jetzt erstmal nicht. Oder wir benutzen halt Effa. Würde ich aber nicht machen. Ist ein bisschen scheiße im Kampf. Da kommen wir extra zu Hannibal. Komm her. No problem, Houston. Rauchwolke, okay. Genauigkeit sinkt. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Destotrotz ist er trotzdem noch stark genug, um ihn zu besiegen. Fuchtler, würde er das ausreichen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es zumindest. Oh, perfekt. Okay, dann benutzen wir noch Effa. Auf, äh, dieser Floor. Das war wahrlich kein Zuckerschlecken. Das war Baby. Irgendich. So. Ah, hier ist Effa, oder? Top Effa. Eine ausgewählte Attacke, okay. Und auch, hm. Aber Elixier vielleicht. Sieht nicht so aus. Aber Schutz haben wir auf jeden Fall. Danke. Benni hat sich darum gekümmert. Okay, Top Effa auf. Rasierblatt würde ich machen, weil es hat 25 APs. Genau. Perfekt. So, dann geht's weiter. Bitch, das ist doch kein Problem. Scheiße, hier kommen wir gar nicht durch. Ah, Dennis. Wenn wir gewinnen, heiraten wir. Ist das jetzt ein Doppelkampf? Ja, ist es. Geil. Junges, Glück, Sierra und Dennis. Nidoran und Nidoran ist in den Kampf geschickt, okay. Ah, geil, stimmt. Es gab hier Doppelkämpfe. Sau geil. So. Ähm. Ekelsamen auf. Dich. Und auf dich machen wir Doppelkick. Genau, perfekt. Rechte Hand, was ist das denn? Will Nidoran helfen, okay. Bams. Sieht aber nicht so viel ab, so wie es aussieht. Jetzt kommen noch Ekelsamen auf den anderen. Genau. Scheiße, dann auch Doppelkick drauf. Sieht aber gar nichts ab. Nicht wirklich. So. Rebs. Voll geil. Okay. So, Venusfalle, du benutzt... Giftpuder auf... Nee. Rasierblatt auf... Beide. Oh, achso. Fruchtler auf... Hä? Ich konnte keinen Gegner auswählen. Trifft es beide Gegner? Nee. Achso. Er trifft den Gegner, den ich als erstes ausgewählt hatte, oder? Kann das? Rasierblatt. Bams. Aber das zieht nicht so viel ab, ne? Ja, er hat noch 1 KP, aber jetzt Ekelsamen. Jetzt kommt... Jetzt schlägt der Ekelnaussamen noch zu. Ziemlich geil. Weil die finden Doppelkämpfe irgendwie viel cooler als so Alleinkämpfe. Die sind natürlich viel cooler. Die sind spannender gestaltet und so weiter. Ziemlich geil. Okay, besiegt, Bitch. So, okay. Aber warum nur? Ja, natürlich. Was sagt ihr jetzt dazu? Dennis, du hast immerhin Durst vermasselt. Oh, Sarah, meine Liebste. Verzeih mir. So, jetzt haben wir die Route hier gemacht. Wir können nicht weiter runter, weil wir keine Pokéflöte haben. Das heißt, wir müssen zu der anderen Route. Die Route zu Pirates Mania City. Wir kommen auch noch gar nicht hin, weil wir keinen Surfer haben. Wir müssen ja zu Fuchsianer City, um den Surfer zu bekommen. Okay, Bitch. So, no problem, Bitch. So, ab geht's nach links. Pirates Mania City, genau. So, genau. Ey, hier ist Pokémon. Das ist pummelig und kuschelig. Pummeluf? Oder Pipi? Keine Ahnung. Ja, Pipi, genau. Habe ich gut geraten, auf jeden Fall. Aber wieso habe ich jetzt... Venusfall als erstes drin. Scheiße Spotlight. Okay. Ist aber eigentlich gar kein Problem gegen den. So, bäms. Pipi ist tot. Genau so. Okay. Okay. Pipi nochmal. Ja, da wechsle ich lieber zu Hannibal. Wir haben ja nur noch zwei Pokémon. Die anderen beiden sind tot. Hat die Benny etwa benutzt oder sowas? Weiß ich gerade nicht. Okay. Doppelkick, bäms. Ich denke mal, der hat sie als Opfer benutzt oder sowas. Aber ich weiß gar nicht, wofür. Naja, sehen wir dann, ne? Das sehe ich dann auf jeden Fall, wenn das LP dann hochgeladen wird. Wir nehmen auf jeden Fall sehr viel auf, ich und Benny. Damit ihr Bescheid wisst. Hör auf! Sei nicht so gemein, Pipi. Damit ihr das auch schneller bekommt und so weiter. Wir haben auf jeden Fall... Ich nehme den dritten Part jetzt auf und Benny, wenn ich das jetzt hier machen würde, dann nimmt er auch gleich den dritten Part noch auf. So, hoffe ich zumindest. Ich bin da weiter rumgekommen, der Glücksspieler. Okay. Ja, du alter Opa, Alter. Alter. Cranky, was ist denn los mit dir? Du bist als Penner gelandet nach DKC. Dein Laden ist wohl nicht so gut gelaufen, ne? Okay. So, gegen Vulkan haben wir leider nichts, deswegen wechsle ich zu Hannibal Lecter. Also, ich denke mal, der hat das falsche Erst-Pokémon gehabt. Und dann hat er natürlich zu Radfratz gewechselt. Und nein, was soll denn der Mist? Und damit er natürlich nichts verliert, der Hannibal, hat er natürlich Radfratz geopfert. Ich gehe davon aus, das ist ein praktisches, gutes Spiel eigentlich. So. Erstmal Schaufler. Bams. No problemo. So, ich hoffe, dass es wenigstens trifft und dass er kein Doppelteam oder sowas hat. Brille, ist egal. Passiert nichts unter dem Erden. Unter der Erde. So, Bams. Vulkaner ist tot. Er ist Geschichte, diese Bitch. Genau. Verpiss dich. So, voll geil. Wulpix, okay. Jetzt haben wir auch kein Problem. Wir benutzen auch einen Schaufler und der ist auch Geschichte. Wulpix hätten wir auch nämlich gerne im Team gehabt. Aber wo kriegt man das eigentlich her? Das weiß ich nämlich gar nicht. Ehrlicht ist egal. Ehrlicht ist nicht so wichtig. Ehrlicht ist doch auch ein Pokémon, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, in der vierten Gen. Ne, in der fünften Gen. Bei Pokémon Schwarz. Den Checkpoint habe ich noch nicht geknackt. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Das sind natürlich nicht geknackt. Mit einem schwachen Pokémon. So, hier können wir eine Abkürzung benutzen, dass wir nicht gegen so viele Trainer kämpfen müssen. Da können wir nämlich zwei Trainer auslassen. Aber das will ich natürlich nicht machen. So, ach Mann. Ich möchte sie euch lediglich nur zeigen. Oh, Sandan, okay. Warum wir jetzt aber nicht wirklich? So. Bitch. Du kannst jetzt den Stein dich einsetzen, okay? Bams. Radfratz ist voller Killer. Oh, scheiße, Alter. Sau viele Trainer hier. Alter, sau viele. Um zu gewinnen, benötigst du eine gute Strategie. Natürlich. Was denn auch sonst, ne? Macht alles keinen Sinn, Bitch. Slimer. Auch nicht schon wieder. Hab ich wieder, wieder... Oh Gott. Ist jetzt ein bisschen schlecht. Komm Hannibal, komm rein. Und mach Schaufler. Das müsste eigentlich sehr gut wirken gegen ihn. Genau. Herdner ist mir egal. So, Schaufler. Ich glaube, das wäre trotzdem Bonnet. Egal, wie oft er jetzt Herdner noch macht. Och, ne. Nicht das. Also, es funktioniert genauso wie das Doppelteam. Aber ich weiß gar nicht, ob Komprimato besser ist als Doppelteam oder nicht. Also, ich konnte ihn jetzt treffen. Also, es ist nicht so gut jetzt, ne? Slimer, okay. Da nutzen wir auch wieder Schaufler. Ist auch kein Problem. So, Bams. Aber das wird kein Bonnet, glaube ich. Slimer ist schon eine Rasse über Slimer, natürlich. Natürlich auch viel stärker in der Defensive. Oh, es war ein Bonnet. Ja gut, wegen dem Level, ne? Wegen dem Levelunterschied. Das sind 14 Level, Leute. Okay, dann noch ein Slimer. Und das war's dann mit dem Pisser. Streber Garret. Wer heißt schon Garret, Alter? Mr. Garrison, oder? So, verpiss dich. Ich gräbe es nicht ein, natürlich. Oh, Aussetzer, okay. Ist mir egal. Komm her, Schaufler. Bams. So, Slimer. Du bist Geschichte. Bams. Nice. Jetzt geht es endlich weiter. Ich habe keinen Bock mehr gegen den Streber zu kämpfen. Das ist voll nervig. Ich habe Wallah. Das ist nicht logisch. Natürlich nicht. Was denkst du? Es ist nicht alles logisch, Bitch. Yo, wir überrumpeln dich mit unserer Zwillingskraft. Okay. Ja, Doppelkampf auf jeden Fall. Ziemlich geil. Ziemlich geil. So, aber eigentlich macht das Rennen auf jeden Fall. Rasierblatt, okay. Das Rennen wird aber Hannibal machen, weil er Doppelkick drauf hat. Und es ist eine Schwäche gegen Pipi. Genau. Aber wo kommt der andere Dritt hin? Der könnte doch zu Pummelhof hingehen, oder nicht? Das wäre ziemlich cool gewesen. Oh, geil. Level 37. Voll geil. Okay. Dieser Rasierblatt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das Pummelhof abzieht. Hat gereicht. Perfekt. Sau geil. Volltreffer. So, dann sind die Zwillinge besiegt. Kein Problem. Okay. Unsere Zwillingskraft. Oh, wir sind doch nicht so stark. Natürlich nicht. Oh, pff. Schon wieder so ein Pisser. Ah, die Schöne macht Spaß. Pokémon zu trainieren aber auch. Hm. Wenn du das erste wegstreichst, dann nehme ich das gerne an. Dann stimme ich dir auf jeden Fall zu. So, schon wieder einmal wenigstens. Oh Gott. Muss das sein. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Rasierblatt abzieht. Äh, es müsste aber... Ja, ist ein guter Schaden eigentlich. Dafür, dass es nicht effektiv ist. So, Bamsen, du bist tot. Geht doch. Also der Streber war auf jeden Fall kein Problem. No problem, Houston. Okay. Geil, Streber. Otto, Alter. Okay, ich gehe lieber zur Schule. Okay. Ähm, ich will Hannibal als erstes reintun. Weil ich gehe davon aus, dass diese eine Nutte da unten irgendwie Normal-Pokémon benutzt. Ist ne Göre, ne? Jetzt musst du mich blöd aussehen, wie wir rumstehen. Ich denke schon, da hast du recht, Göre. Alter, nee, ey. Fünf Pokémon, okay. Ist viel zu viel. Ist ein bisschen viel. Kennest du nicht auch? Fuchtler, Bams. Alter, du hast viel zu viele Pokémon. Viel zu viele. Wird auf jeden Fall ziemlich nervig. Aber ich glaube, für einen Radfritz reicht ein Fuchtler, oder? Hoffe ich zumindest. Ja, perfekt. Alter, Hannibal sollte mal Fuchtler mit auf Fuchtler aufhören, sonst verwirrt er sich noch selber. Weil wenn er zu oft die Attacke macht, dann verwirrt er sich. Ja, seht ihr? So ein Scheiß, Alter. Bitte treff aber jetzt wenigstens. Das ist jetzt ziemlich schlecht. No problem. Du sollst nicht dich selber treffen, sondern den Gegner. Okay, das ist ein bisschen schlecht. Okay, Fuchtler, komm. Genau, Bams. Voll geil. Okay, weg mit dir, du Pisser. No problem, Houston. War Level 37, voll geil. Okay, Mautzi. Ey, dann lassen wir ihn drinnen. Wo bin jetzt dein Top... Ne, wir... Och, wir haben automatisch Fuchtler drauf. Wo die Attacke ist ziemlich nervig. Warum man halt auch so verwirrt wird. So. Och nee, jetzt musst du nicht verwirrt sein, Mann. Das letzte Pokémon. Naja. Ich hoffe, du triffst noch einmal. Nicht dich selber! Voll Idiot. Du sollst den Pikachu treffen. Okay, Gifthorn. Sehr gut. Sehr gut. Bitte treff den nicht selber. Bitte nicht. Bitte nicht. Och Mann! Was ist denn dein Ernst, Alter? Not dein Ernst, Bitch. Okay, geil. Jetzt müsste er tot sein. Okay, gut. Sehr gut sogar. Also, es herrschen noch zwei Trine hier. Ciao, was du getan hast. Ah. Soll ich mich jetzt dafür schämen, oder was? Was denn? Kleine Nudel. So, zu Göre. Mautzi, ist so süß. Miauts, miauts. Miau. 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 Boah, ich kann, glaube ich, keine Katze nachmachen. Okay. No problem. Doppelkick, du müsstest ja nicht ausreichen, um ihn zu töten. Ja, perfekt. Perfekt. Reicht völlig aus, um ihn zu töten. Und das ist richtig, ey. Okay, als nächstes wird wieder Mautzi in den Kampfgeschick. Ist mir völlig egal. Du kleine Hure. Ja, du kleine Frieda, Alter. Frieda, mach mal Friedan. Im Süden-Koran. Nee, Süd-Koran. Was labre ich da für eine Scheiße? Im Süd-Uran, meine ich natürlich. So. Okay. Mautzi, schau wieder. Du hast dreimal Mautzi, okay. Abwechslung scheint bei dir neu zu sein. Ein neuer Begriff zu sein, auf jeden Fall. Oder das kennst du halt einfach nicht. Naja. Ich glaube, deine Mutter hat ja immer dieselbe Tamponmarke gekauft, oder? Miau. Miau. Ja, ich schluck mal wieder Katzenfutter, du Bitch. Ich mag alle Nidorans sehr gerne, deshalb sammle ich sie. Hast du wirklich jetzt alle Nidorans? Es gibt doch nur zwei. Okay, du hast zwei Pokémon. Fast schon. Ich dachte, du hast noch die Mitentwicklung hinter... noch dazu. Aber hast du leider nicht. Ist doch besser so. Dauert der Kampf nicht so lang. Das ist zweimal Fruchtler und du bist halt Geschichte. Und dann ist das ja schön. So, Nidoran. Das weibliche Nidoran ist natürlich in der Defensive besser. Hä? Du hast nicht alle Nidorans. Bist du blöd, Alter? Aber Nidoran ist ziemlich stark in der Defensive. Aber reicht. Reicht auf jeden Fall. Reicht, um ihn zu töten. Sehr geil. No, Gero, Loretta. Warum? Warum nur? No. Ja, sorry. Aber ich muss auch mal was essen. Oh, scheiße. Voll die Biker Gang. Die benutzen natürlich Smogons oder sowas. Boah, ich möchte mit euch kämpfen. Komm her. Mach den Weg frei, oder? Ich überfahre dich. Du willst mich überfahren? Ganz ehrlich? Du willst mich überfahren? Du kleiner Nigger? Du Camillo? Mit deinem Sliver kannst du eh nichts ausrichten, du hohen Sohn. Ne? Geh mal wieder in die Ratschule, du Schwuchtel. Und mach deinen Führerschein. Du Lutscher. Und nicht Herdner. Ne, noch die zwei Biker mache ich auf jeden Fall. Ich mache die Route noch hier zu Ende. Scheißegal, wie lange der Part wird. Ich denke, 30 Minuten wird es sowieso nicht mehr. Ungefähr 15. Also 25 ungefähr. Und das, denke ich mal, ist ganz okay, oder? Das ist nicht so schlimm. So, Bams, Schaufler, genau. Oh, geil. Jetzt sind wir unter der Erde. Bitch, das ist noch kein Problem. Okay. Bam. Voll wegzerfetzt. Saugeil. Oh, du Nigger. Du kannst nichts tun gegen mich. Gegen meine Schönheit. Okay, Biker Camillo. Du hast es drauf, Kitty. Natürlich. Was auch sonst, ne? So. Oh, bäh, bäh. Hey, ich möchte gegen dich kämpfen, du Hure. Du Hurensohn. Geht doch, Alter. Mein Motorrad spielt verrückt. Ja, das sieht man, dass du mich vor zwei Meter Entfernung nicht siehst. Das ist schon krass. Ich glaube, du bist auch blind, du Carstensohn. Ah, Carsten Stahl. Das machst du hier. Wurdest du wohl nicht gecastet? Oh, oh, oh. Bin ich witzig. Ich habe noch zweimal Schaufler drauf. Ziemlich schlecht, weil er drei Pokémon hat. Hm. Gegen das Letzte machen wir einfach mal. Was soll man gegen das Letzte machen? Ja, Fuchtler, ne? Was? Der kann schweben? Sau unfair. Behindert. Ja, komm, mach auf, Fuchtler, Alter. Du Kackviech. So ein Kackviech, das Viech, Alter. So ein volles Kackviech. Voll die Nerven, sehe ich. So. Noch ein Smurgun, okay. Ist mir aber egal. Das soll mir recht sein. Okay, Fuchtler. Bäm's. Okay, Bäm's, Alter. Geh schlafen, du Nudel. Bitte sei nicht verwirrt, Hannibal. Oh, geil, der ist nicht verwirrt. Sauber. Dann haben wir noch Sliver besiegt und das war's. Mit den Bikern. Die haben überhaupt keine Probleme geleistet. Ah, das kann ich einfach nicht. Die haben keine Probleme bereitet. Ist das saugeil. Du bist auch ein Gegner, oder? Okay, die Spiele mögen beginnen. Du bist ein Glücksspieler, oder? Ja, mit drei Pokémon, Alter. Voll behindert. Okay, Quapsel. Ähm, ich benutze Doppelkick. Genau. Doppelkick. Hat vollgereicht. So. Das war sogar ein Volltreffer. Ziemlich geil. Und ich hatte ungefähr ein bisschen recht, was die Länge des Parts betrifft. Ungefähr 25 Minuten. Das reicht. Okay, 26 wären es auf jeden Fall noch, glaube ich. I don't know. So. Äh, Rasierblatt. Bäm's. Und der Frisch ist rasiert. Ja, genau. Der Quapsel ist rasiert. Genau, Bitch. Ist aber pissig. Dann hast du noch ein Pokémon. Ich gehe davon aus, noch ein Quapsel. Oder ein Quapu. Nein, Quapuzzi. Genau, ja. Bin ich davon ausgegangen. Okay. Balthasar. Bäm's. Noch ein Rasierblatt. Und du gehst zum Passach. In der Türkei. Den Pisser. Auf jeden Fall. Das war's mit Pokémon Blatt Grün. Für dieses Mal. Und im nächsten Part geht's dann weiter in diesen Tunnel. Knapp vorbei. Knapp vorbei ist auch daneben. Ja, natürlich. Aber zählt. Äh. Ist wie beim Fußball. Zählt natürlich dann nicht, ne? Auch wenn's knapp vorbei ist. So. Da ist ja noch ein Bastard, aber... Den werdet ihr bei Benny sehen. Und wieso mach ich überhaupt... Wieso speichere ich so? Ich muss ihn sowieso selbst jetzt schicken. Auf jeden Fall, das war's für diesen Part. Haut rein. Ciao bei Pokémon Blatt Grün.